herzlich willkommen zur letzten veranstaltung vorlesung business process engineering im wintersemester 23 24 ich bin andreas schaaf und ja wie gesagt heute letzte veranstaltung wie angedroht letzte woche oder angekündigt gibt es heute eine wiederholung wo wir quasi noch mal so über alle themen von dem vergangenen semester drüber gehen ihr könnt gerne noch mal fragen stellen am ende gibt es noch einen kleinen blog in eigener sache das heißt also für diejenigen von euch die hier nichts verpassen wollen bleiben natürlich bis zum schluss okay ein ganz kleines bisschen was organisatorisches dafür brauchen wir gar keine slide machen dann die wiederholung selber die noten gibt es demnächst online die sind tatsächlich schon fertig und ja ich denke nächste woche oder so spätestens es liegt tatsächlich nicht mehr in unserer macht wir haben die abgegeben sozusagen und diejenigen die jetzt eintragen müssen fragen die jetzt ein genau also im prinzip könnt ihr euch eure note quasi selbst ausrechnen wir haben den schnitz und ganz ganz kleines bisschen nach oben angehoben das heißt wir haben ja 440 punkte gehabt 220 braucht man pima daumen zum bestehen für eine 4 0 wir haben jetzt gesagt okay man braucht diesmal mal 230 zum bestehen tatsächlich hat das aber auf sozusagen auf die bestandendurchfallenquote überhaupt kein einfluss in diesem fall nur halt auf den auf den notenschnitt als ihr irgendwelche fragen haben solltet zu eurer note kommt natürlich sehr gerne auf uns zu aber im prinzip ist ja ist ja alles geregelt weil es einfach nur die summe der einzelnen punkte ist und so und ja für die einzelnen aufgaben habt ihr hoffentlich schon nachfragen gestellt zu dem jeweiligen zeitpunkt insofern hoffe ich dass das alles klar ist soweit gut die folie kennt ihr schon die habe ich glaube ich zweimal gezeigt oder dreimal oder so die themen übersicht über alle themen die wir in dieser veranstaltung bearbeitet haben und ich finde das immer wieder ganz spannend wenn man dann diese letzte veranstaltung hat und sich nochmal alle themen anschaut es war dann doch relativ viel und ja auch vielfältig finde ich wir haben angefangen mit business model innovation relativ großer block drei wochen lang gleich zu beginn der verhältnismäßig theorie lastig war sind dann zur beauftragung gekommen das heißt also ziel von dieser ganzen veranstaltung war ja neben der vermittlung von so ein stück weit theorie dass man mal so ein projekt hat wo man sozusagen von anfang bis zum ende alle phasen grob einmal durchmacht das war ja so das hochgesteckte ziel es fängt also dann immer an mit der beauftragung haben wir so ein kleines bisschen über rollen gesprochen die es in den verschiedenen projekten gibt dann haben wir bpmn gelernt wo ich hoffe dass da ein bisschen was hängen geblieben ist da bin ich jetzt gestern abend erst wieder mit konfrontiert worden stichwort sap integration suite könnt ihr mal googeln ist quasi ein tool womit man mehr oder weniger so verschiedene diagrammeditoren im web also flows malen kann und die flows ist nichts anderes als bpmn genau dann gab es mehr oder weniger großen entwicklungsteil wo er dann auch mal selber so ein bisschen hand anlegen durfte auf basis von unserem fiktiven beispiel unternehmen was sich durch das ganze semester gezogen hat dann haben wir beantwortungsdokumente gesprochen weihnachten kam dann dazwischen testigen und jetzt nähern wir uns schon langsam der letzten woche go live hyper care lang ist es her da haben wir über elektrifizierung digitalisierung und digitale transformation gesprochen hier vielleicht so zwei drei key facts noch ich will es nicht alles nochmal durchkauen merkt euch hier vor allem dass es diese drei verschiedenen dinge gibt ja und wir im deutschen so ein kleines bisschen diese schwierigkeit haben dass wir mehr von digitalisierung sprechen da nicht wirklich differenzieren zwischen dieser elektrifizierung quasi ganz links auf der seite und der eigentlichen digitalisierung also der digitalisation in englisch das ist also auf englisch alles ein bisschen sagen wir mal genauer anekdotisch an der stelle das gleich ist im englischen sprachgebrauch und deutschen sprachgebrauch mit safe und secure versus sicherheit das ist genau das gleiche da unterscheiden wir im deutschen tatsächlich auch nicht wirklich im englischen ist es anders und hier ist es im grund genommen genau das gleiche macht euch das einfach bewusst dass das so ist und ja ruft euch die die drei diese drei parts einfach noch mal in erinnerung ganz wichtig bei der digitalen transformation insbesondere eben auch weil wir letzte woche darüber gesprochen haben bei hyper care wenn es dann um change management geht es geht immer um menschen auch bei der digitalen transformation ja prozesse logisch aber ich meine prozesse ohne menschen aktuell ist das noch schwer möglich ja was geht es eigentlich bei business model innovation zu deutsch geschäftsmodell innovation es geht eben um das transformieren eines geschäftsmodells am ende des tages um das unternehmen am leben zu erhalten profitabler zu machen und eben am markt weiter bestehen zu können wenn man das nicht macht wir hatten so ein kleines bisschen über sozusagen unternehmen wo das nicht gut funktioniert hat und nachnehmen wo das nach wie vor gut funktioniert gesprochen unternehmen wo es nicht funktioniert hat bei kodak haben wir uns angeschaut unternehmen wo es nach wie vor gut funktioniert ist disney apple und da gibt es ein paar andere da hatten uns die konkreten beispiele angeschaut deswegen nehmt da einfach noch mal mit ihr müsst kontinuierlich dranbleiben und die unternehmen müssen kontinuierlich dranbleiben ja die können also nicht einmal den masterplan machen und dann die nichts oder davon ausgehen dass sie die nächsten 50 jahre am markt bestehen wenn man da nicht ständig und kontinuierlich den markt quasi beobachtet und das eigene geschäftsmodell hinterfragt und es gegebenenfalls transformiert dann verpasst man da eben den anschluss und dann muss man leider dann auch damit leben wenn das ganze dann den bach untergeht genau ein teil von dieser ganzen business model innovation ist eben der wandel zur digitalen unternehmenskultur ich meine es gibt heute im grunde genommen kein unternehmen mehr was ich der digitalen transformation so gänzlich widersetzen kann klar einige branchen da geht das etwas besser als in anderen branchen also wenn ich jetzt irgendwie so einen verarbeitenden betrieb habe die vielleicht dinge herstellen ja möbel herstellen das ist natürlich was anderes als wenn ich jetzt ein software entwicklungshaus habe das ist ganz klar aber dennoch auch der betrieb der da irgendwie möbel herstellt der braucht heutzutage schon je nachdem wie groß er ist vielleicht sogar sap system um dann eben bei den verschiedenen lieferanten daneben die teile einzukaufen und dann die abrechnung zu machen die bilanz zu machen das geht heute gar nicht mehr anders wichtig an dieser ganzen stelle bei dem wandel zur digitalen unternehmenskultur ist dass man eben eine ganz offene fehlerkultur etabliert es darf also nicht sein dass man irgendwie angst davor hat fehler zu machen die führungsebenen sollen an der stelle mit gutem beispiel vorangehen damit das eben überhaupt gelingen kann wie gesagt es ist ein menschending man muss die mitarbeiter an der stelle begleiten sonst wird das schlichtweg nichts ja es ist kein dingen was irgendwie von drei vier figuren oben aus der führungsreihe einfach bestimmt wird und dann dann ist das so ja sondern der die schwierigkeit und das thema change management kommen wir am ende noch mal drauf ist tatsächlich die ganzen leute daneben mitzunehmen maßnahmen was wir da eben haben fortbildung planen wissensmanagement aufbauen wir haben diese change agenten das passt eben auch zu diesem change management da das stichwort digitaler motivator also jemanden der diese das vorgehen kennt der die tools kennt der einfach dafür zuständig ist und sich berufen fühlt diesen diesen wandel dann eben mitzugehen kommunizieren und sichtbar machen das ganz wichtig also gerade wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich schon ein sehr etabliertes unternehmen habe das ist irgendwie schon vielleicht 30 jahre gibt dann müsste da mal in so ein unternehmen reingehen würde da feststellen nicht selten nicht immer aber nicht selten ist es so da kommt man so in diese räumlichkeiten von dem unternehmen rein und das ist alles furchtbar angestaubt das hat ja gründe es ist ja nicht so dass da jedes jahr eine halbe millionen euro ausgegeben wird um die räume aktuell zu halten und den neuen arbeitsprinzipien anzupassen aber wenn ich jetzt eben anfange und modernisiere mein unternehmen hin zu dieser digitalen unternehmenskultur dann kann es dann durchaus sinn machen dass eben auch in dem ganzen firmen auftritt in den räumlichkeiten und alles mögliche eben zu zu reflektieren und das ist ein stück weit auch mit sichtbar machen gemeint ja dass ich einfach dafür sorge ich kann da vielleicht nochmal beispiel bringen was ich noch nicht gebracht habe in der veranstaltung in diesen zeiten dieser zeit wo ich in hamburg war da haben die tatsächlich dann in einer etage das gebäude hatte fünf oder sechs etagen zwar ziemlich groß tatsächlich und die haben eine etage in den zwei jahren wo ich da war haben die quasi komplett saniert und haben die ja komplett den den neuen gegebenheiten angepasst die hatten dann zum beispiel so einen raum wo die eine bühne aufgebaut haben die aus so mehreren ebenen bestand dann war da kein keine ahnung kein linoleum boden oder fließen sondern da war halt so kunstwiese so es war halt einfach ein stück weit dann auch schick und hip gemacht einfach um so ein bisschen repräsentativer zu sein und dann eben auch neue menschen und junge menschen das unternehmen zu kriegen ja dann haben wir in der dritten woche so ein kleines bisschen geschaut okay das war jetzt alles relativ theoretisch wie wird denn das eigentlich genau in der praxis gemacht damals dieses business model canvas angeguckt und am besten lege ich das gleich mal auf dann können wir darüber ein bisschen sprechen was hat das für ein ziel wenn ich mir jetzt überlege ich möchte gerne irgendwie mein geschäftsmodell transformieren oder ich möchte vielleicht sogar neues machen wenn es das eben ein werkzeug was ich verwenden kann für so eine erstevaluation das ist also wirklich nur so zu verstehen dass man sozusagen diese fragen die man da hat die einen so ein bisschen leiten dass man da nichts grobes vergessen hat ja das ist eine gute grundlage um eben auch zu sagen okay ich habe da vielleicht eine geschäftsidee woraus ich vielleicht mal unternehmen machen lässt wo ich vielleicht mal bei dem unikat ideenwettbewerb eine idee einreichen möchte dann ist sowas eine ziemlich gute idee das vorher mal zu machen weil man sich dann eben solche fragen stellt wer sind denn eigentlich meine zielgruppen ja typischerweise wird die sachen die man erstellt herstellt oder so nicht für jeden geeignet und ist auch gar nicht schlimm ja muss mir überlegen für wen sind denn diese diese sachen oder wie vertreibe ich meine sachen eigentlich ja sind das sind das dinge die ich da irgendwie in einem supermarkt verkaufen will und das dinge die ich irgendwie ist das ein digitales produkt was ich irgendwie digital anbieten will will ich das vielleicht über eine webshop anbieten über irgendeinen streaming dienst was weiß ich ja es gibt ja heute tausend und eine möglichkeit das heißt also hier eben ein werkzeug für die praxis womit man sich diese diese fragen eben stellen kann damit man eben nichts wichtiges vergisst genau da gehen wir jetzt einfach mal drüber hinweg die fünf phasen des business model canvas je nach komplexität vielleicht das noch als einzige info je nach komplexität vielleicht kann das relativ schnell gehen das heißt wenn ihr selber irgendwie eine idee beim unikat ideen mit bewerb einreichen wollt dann nehmt euch da irgendwie zwei drei stunden für zeit ja dann ist das ding wahrscheinlich gegessen wenn das jetzt aber ein ding ist wo ihr vielleicht das geschäftsmodell eines oder ein bestehendes geschäftsmodell irgendwie transformieren wollte oder das in frage stellt und ihr das vielleicht sogar einer größeren gruppe macht dann kann das sein dass es tatsächlich auch mehrere tage dauert ja ein weiteres tool für die praxis neben dem business model canvas waren dann die model innovation cards oder innovation pattern cards das waren diese karten erinnert euch bestimmt die wir euch zur verfügung gestellt haben die man eben auch an den meisten geschäften einfach kaufen kann wo das grundprinzip quasi ist okay eigentlich basiert quasi jedes moderne geschäftsmodell auf einer rekombination von diesen 55 mustern ja das heißt wenn ihr irgendein unternehmen nehmt guckt was die machen guckt womit ihr ihr geld verdienen dann könnt ihr diese 55 karten nehmen und sucht quasi die 234 muster raus kombiniert die das ist das eine das andere ist natürlich wenn ihr euch selber überlegt na ich habe da eine gute idee aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher wie ich damit geld machen kann oder wo sozusagen dass das geschäftsmodell eigentlich liegt dann könnt ihr diese karten auch hernehmen um euch anregungen zu holen ja dann geht ihr die einfach nacheinander durch und überlegt okay dann sind ja mal beispiele drauf und überlegt okay passt das vielleicht auf mein geschäftsmodell oder auf die idee die ich habe ja kann ich dieses pattern vielleicht dort anwenden das ist also tatsächlich auch ein ziemlich gutes tool ja dann haben wir so ein ganz kleines bisschen über ist soll analyse gesprochen ihr erinnert euch vielleicht an diese farblich formschönen tabellen die ihr da gemacht habt wenn es also darum geht okay ihr habt irgendwie einen ist zustand in eurem vorhandenen geschäftsmodell wir hatten da als beispiel und kleine helden quasi die das manuelle malen oder herstellen von diesen abenteuer geschichten hinzu quasi okay wie soll das denn am ende mal aussehen ich möchte irgendwie vielleicht einen webshop haben wo ich dann die ja auch selber ein stück weit gekodet habt wo ich einfach nur 45 parameter eingebe und dann wird per künstlicher intelligenz quasi das buch selbst erstellt und dann eben an den kunden rausgeschickt wenn ich jetzt ist soll hab dann muss ich mir überlegen wie komme ich denn jetzt eigentlich von dem ist zu dem soll also quasi die transformation an der stelle durchführen oder hier die maßnahmen und da gibt es ähnlich wie bei dem bei dem business model canvas eben auch gibt es quasi eine vorlage wo man einfach diese verschiedenen spalten hat mit ist und soll und in der mitte die maßnahmen wo dann einfach auch noch kategorisiert nach bestimmten fragen die man dann einfach ausfüllen kann und ja man sich das nicht komplett selbst erarbeiten muss das war tatsächlich auch schon dieser erste block business model innovation grätscht gerne jederzeit rein wenn ihr da fragen habt oder ja gerne noch diskussionsbedarf habt oder so können wir gerne machen so eine kleine gruppe insofern ein thema ansonsten geht es weiter mit beauftragungsformen wir haben mit diesen einen punkt der eventuell noch davor kommt also akquise den haben wir jetzt mal außen vor gelassen im grunde genommen vertrieb ja also wie komme ich überhaupt an einen kunden das haben wir jetzt hier in der vorlesung ganz bewusst weggelassen weil das wie die meisten themen hier eigentlich auch auf eine komplette vorlesung empfüllen könnte jetzt hier an der stelle gehen wir mal davon aus kunde droht mit auftrag das heißt ihr habt ja schon irgendwas und dann gibt es eben verschiedene beauftragungsformen die man da wählen kann beziehungsweise die dies in der praxis gibt man kann leider hoffen meistens nicht wählen das ist ein bisschen das thema gibt hier die direkt beauftragung und dann eben die ketten geschäfte bei der direkt beauftragung ganz klar da seid ihr irgendwie der dienstleister in der regel ja und ihr habt dann irgendeinen kunden den auftraggeber und verhandelt direkt mit denen ich glaube das ist relativ eingängig für jemanden der noch nicht in einem projektgeschäft ist sollte er auch noch nie in einem unternehmen gearbeitet hat ist das zweite vielleicht nicht ganz so eingängig und zunächst ein bisschen schwer zu verstehen sind die sogenannten ketten geschäfte das heißt also es gibt irgendwie irgendwann mal ein endkunde ja auf der einen seite und auf der anderen seite seid natürlich ihr wieder als auftragnehmer als dienstleister nur im vergleich zum direkt beauftragung gibt es hier an der stelle noch 1 bis n zwischenhändler heißt also im schlimmsten fall das habe ich auch schon erlebt spricht man tatsächlich mit dem endkunden nie direkt man arbeitet zwar auf den endkunden system ja entwickelt software für diesen endkunden aber man hat da immer noch 1 bis 1 zwischenhändler dazwischen das wäre so dass das 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 eine extrem was uns in der praxis was in der praxis am meisten vorkommt meiner ansicht nach ist tatsächlich dass man einen zwischenhändler hat ja das heißt man hat irgendwie so ein vermittler denn relativ großes netzwerk hat der eben weiß okay ich habe hier einen endkunden der hat gerade folgenden bedarf und okay ich habe in meinem netzwerk aber auch quasi den passenden dienstleister und ich bringe diese beiden einfach zusammen das ist quasi das geschäft von dem zwischenhändler ja also dieses matchmaking im prinzip ist das eine win-win situation ja also der endkunde muss sich relativ wenig darum kümmern quasi den unterauftragnehmer zu finden oder die dienstleister zu finden der sagt dem zwischenhändler einfach nur bescheid den er typischerweise gut kennt ja mit dem er häufig auch schon mehrere geschäfte gemacht hat sagt einfach hier pass auf ich habe da bedarf an sap bw also business warehouse wir müssen bestimmte dinge tun und bitte schau doch mal dass du uns da jemanden beschafft sondern geht der zwischenhändler her geht beispielsweise zu octavia und sagt hier habt ihr gerade bw berater da dann sagen wir ja okay haben wir dann stellt er quasi den kontakt her und dann geht das projekt los was die bezahlung angeht ist es typischerweise so anders als bei der direktbeauftragung wo das ja quasi direkt geht wird ein stundensatz zwischen dem endkunden und dem zwischenhändler verhandelt stundensatz x zwischen dem zwischenhändler und dem unterauftragnehmer wird auch ein stundensatz verhandelt der natürlich in der regel niedriger ist ja also weil das ist das wo quasi der zwischenhändler sein geld mitmacht ja mit der marge quasi also der differenz zwischen dem stundensatz den mit dem endkunden verkauft und dem stundensatz den mit dem unterauftragnehmer anbietet das ist das womit der zwischenhändler sein geld verdient und wie gesagt am ende des tages ist eine win-win-situation weil auch der unterauftragnehmer sich nicht darum kümmern muss neue aufträge zu bekommen also jedenfalls nicht so intensiv kaltkundenakquise ist wahnsinnig schwer direktkundenakquise ist wahnsinnig schwer wer das schon mal versucht hat wird feststellen das ist wirklich ein ganztagsjob ja vielleicht noch ein vorteil ich habe ja jetzt gerade gesagt das ist eine win-win-situation bin wenig relativ wenig auf das direktkundengeschäft eingegangen tatsächlich ist es so dass für aus sicht des unterauftragnehmer ist natürlich das direktkundengeschäft besser ist ja weil die margen in der regel höher sind ich den direkten kontakt zu dem kunden habe ja der verhandlungsspielraum ist höher nicht selten gerade wenn es so extrem ist dass der unterauftragnehmer gar keine verbindung zu dem endkunden hat ist tatsächlich die der spielraum bei der lösungsfindung höher weil man einfach direkt mit dem kunden sprechen kann ist glaube ich relativ klar aber weil das eben so schwer sind die ketten geschäfte halt so nach wie vor und vermutlich in zukunft immer ziemlich breit vertreten so wenn es dann mal so weit gekommen ist dass man irgendwie so ein matchmaking gemacht hat dann geht es natürlich darum wie genau funktioniert eigentlich die abrechnung und im grunde genommen gibt es nur zwei arten von abrechnungen es gibt einmal teil mit material und es gibt einmal festpreis festpreis kennt ihr vielleicht wenn ihr irgendwie schon mal einen handwerker beauftragt habt das ist in aller aller regel also ein handwerker für für eure wohnung euer haus wie auch immer das ist in aller regel ein festpreis geschäft ja das heißt er geht irgendwie hin und sagt hier ich hätte gerne eine pv-anlage aufs dach dann kommt er im besten fall mal zu euch macht das nicht alles nur online da kommt er mal zu euch guckt sich mal die örtlichen gegebenheiten anguckt sich an ob er vielleicht neuen stromkasten braucht und so weiter und so fort wie kompliziert das mit dem gerüst ums haus ist und so weiter und so fort und dann kriegt er am ende ein angebot wo halt summe x drunter steht könnte vielleicht noch ein bisschen handeln sagt dann okay wenn du die hälfte machst dann mache ich es sagte ja treffen wir uns bei drei viertel dann ist das ding durch so das nennt man festpreis oder auch gewerk ein teil und material ist es so dass da im prinzip um jetzt mal bei diesem solar beispiel zu bleiben ihr würdet dann zu dem handwerker gehen und sagen hier ich hätte gerne eine pv-anlage aufs dach macht doch mal man sagt er ja alles klar kostet pro stunde 150 euro dann sagt ihr alles klar machen wir mal dann fängt er an zu arbeiten ja und dann kriegt er halt in regelmäßigen abständen immer mal so eine abschlagsrechnung weil gerade wenn das irgendwie über mehrere monate geht dann will natürlich auch der handwerker irgendwann mal sein geld haben dann ja und ganz am ende habt ihr im besten fall auch eine pv-anlage auf dem dach und seit nicht jetzt völlig arm ja weil einfach teil mit material unter umständen auch ziemlich ein theoretisch bis und so ein endlich erwachsen kann natürlich aber das ist nur der wesentliche unterschied die riesigen liegen bei teil mit material und bei festpreis natürlich unterschiedlich gelagert bei dem festpreis liegt das risiko im wesentlichen bei den dienstleistern also weil der hat sozusagen einen fixen preis und muss jetzt ein bestimmtes gewerk zu diesem preis liefern dieser preis resultiert natürlich hoffentlich aus schätzungen die dienstleister gemacht hat mal irgendwie ressourcentyp und stundensatz sie erinnert euch vielleicht an diese beispieltabelle die ihr damals mal die wir damals durch gesprochen haben also wenn wir da irgendwie so requirements engineer haben oder projektmanager oder entwickler dann haben wir unter umständen unterschiedliche stundensätze und überlege ich mir halt okay wie viele stunden brauche ich denjenigen denn eigentlich in seiner rolle wie viel länger brauche ich den multipliziert das mit dem stundensatz und machen da somit rüber und verkauft das dann als festpreis wo das risiko liegt aber ein stück weit bei mir der kunde kann sich ganz entspannt zurücklehnen weil der halt weiß ja okay das kostet mich jetzt betrag x und ich weiß genau was ich bekomme so die idee ein stück weit liegt auch eine chance bei dem dienstleister bei einem festpreis projekt einfach deswegen weil wenn er schneller ist und gehört natürlich differenz ihn wenn jetzt die hälfte der zeit braucht hat er also nur die hälfte der kosten gehabt kriegt aber den vollen preis ja bei termin material ist das anders da liegt das risiko im wesentlichen bei dem auftraggeber weil da gibt es eben kein vordefiniertes gewerk bei dem pv beispiel zu bleiben ist vielleicht klar okay ich möchte irgendwie eine 30 kilowatt peak anlage auf mein dach haben aber wie lange das dauert und wie viel das dann kostet keine ahnung das heißt da liegt das risiko bei mir bei den dienstleister ist es dann so der versucht natürlich ein stück weit dann so viele stunden wie möglich zu faktorieren und wir haben schon gesagt okay das hat auch ein bisschen was mit vertrauen zu tun man darf es dann nicht übertreiben es sollte immer ehrlich bleiben weil idealerweise möchte ich natürlich mit dem kunden weiter zusammenarbeiten wenn ich den anfangen abzuzocken dann macht er das nicht mehr tatsächlich kann nämlich bei timing material typischerweise ist das rausschmeißen bei timing material auch viel leichter genau also merkt euch diese beiden beauftragungsformen in der software entwicklung ist es nicht selten so dass man das timing material überhand nimmt einfach deswegen weil software entwicklung ziemlich agil ist und man nicht so genau weiß okay was genau müssen wir eigentlich tun es ist irgendwie klar was am ende rauskommen soll zumindestens grob das weiß man meistens schon aber der weg dahin ist nicht so straight forward wie bei einem beispiel mit das pv anlage das auch der grund warum kommen wir gleich drauf warum es da verschiedene methodiken gibt die sich im laufe der zeit bei der software entwicklung durchgesetzt haben dass wir eben kein wasserfall werden machen sondern eher was agiles so dann hatte ich jedoch diesen comic mitgebracht zum thema aufwandsschätzung wer hat also ein kleines bisschen mit aufwandsschätzung beschäftigt und die verschiedenen methoden die es da gibt manche von denen sind besser als andere manche brauchen irgendwie ein relativ großen großen datenschatz aus dem man schöpfen kann am ende des tages hat es aber ganz ganz viel gerade in der software entwicklung aber natürlich auch jetzt bei diesem beispiel mit dem bau gewerbe mit erfahrung zu tun deswegen wenn ihr da in zukunft irgendwie gefragt werdet schätzt doch mal wie lange das dauert haut nicht einfach ohne darüber nachzudenken irgendeine zahl raus weil im schlimmsten fall bzw in der regel werdet ihr darauf festgenagelt wenn ihr gesagt habt ja das dauert fünf tage und dann dauert dann plötzlich sechs oder dann leider doch 50 dann werdet ihr darauf festgenagelt ja du hast aber fünf gesagt also überlegt euch das und lernt auch aus euren fehlern naja sonst nicht schlimm wenn man sich verschätzt hat an der stelle auch wieder communication ist key wenn ihr merkt okay nach dem nach der investition von dem ersten tag ihr komplett fünf tagen nicht hin kommuniziert das meine das hat ja einen grund warum er nicht hinkommt ja der grund ist dann hoffentlich nicht dass ihr halt den ganzen tag aus dem fenster geguckt habt ja und überhaupt nichts gemacht habt ja und deswegen fünf tage natürlich nicht erreichen das heißt ihr braucht sechs sondern in der regel habt ihr angefangen habe festgestellt tatsächlich ist das technisch doch nicht so einfach zu lösen wie ich zunächst angenommen habe kommuniziert das wenn ihr das rechtzeitig kommuniziert ist das im ergebnis zwar immer noch doof weil ihr natürlich mehr aufwand habt aber der kunde ist dann an der stelle in der regel relativ umgehen umgänglich und versteht das dann ja dann haben wir über verschiedene rollen im projekt gesprochen wie gesagt es gibt jede menge rollen in verschiedensten projekten wenn er einfach mal den spaß macht und guckt mal in so verschiedene jobportale rein und fokussiert euch nun mal auf die rollen die es irgendwie so im software entwicklungsumfeld gibt oder sagen wir mal die umfeld da werdet ihr erschlagen sein ihr werdet feststellen es gibt da einige rollen die seht ihr immer wieder so was wie software entwickler oder software entwicklerinnen vielleicht auch so was wie testmanagement projektleitung also im prinzip die die hier draufstehen die findet man sehr sehr häufig und andere die wirken völlig frei erfunden da muss man erst mal nachgucken was das überhaupt ist deswegen es gibt also eine reihe von rollen die sind sagen wir mal standard und gut etabliert ein anderer teil ist tatsächlich ein stück weit frei ausgedacht und das macht auch nicht das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen oder so je nachdem in welchem projekt ich mich befinde und was ich denn dort mache macht das auch sind tatsächlich irgendwie mischformen zu erfinden und dem dann auch die entsprechenden den entsprechenden namen zu kriegen ergeben so eine sache zum thema requirements engineering waren personas ja das heißt also wenn ich mir überlege und einen einen teil sozusagen von dem business model canvas wäre es nicht meine zielgruppe um das genau zu spezifizieren hatten wir uns mal personas angeschaut das heißt man überlegt sich okay was sind denn so die typischen personengruppen die ich mir für meine anwendung vorstellen könnte nur eine persona ist einerseits eine ganz konkrete person die ihr im kopf habt für die ihr auch ein bild erstellt ja also zum beispiel oma erner 60 jahre alt wiegt 185 kilo und so weiter und so fort dann macht ihr auch ein foto davon repräsentiert aber sozusagen am ende des tages genau diese gruppe von personen also vielleicht ältere menschen die ein bisschen übergewichtig sind und die ein gewisses problem haben ja dafür die lösung habt um das leben irgendwie angenehmer zu gestalten ihr könnt auch noch jede menge andere personen das dazu machen am ende ist es wichtig dass ihr alle potenziellen anwender eine anwendung eben abdeckt und dass ihr euch aber auch auf personas fokussiert es kann durchaus sein dass er zu dem schluss kommt dass ihr am ende zehn verschiedene personas habt die sich natürlich alle stark voneinander unterscheiden das werdet ihr wahrscheinlich nicht umsetzen können fokussiert euch auf drei personas die ihr als besonders wichtig erachtet ja macht also so ein ranking und fokussiert euch auf diese drei ja das ist wichtig ihr werdet keine kein produkt oder keine anwendung schreiben können der die jeden menschen auf der welt glücklich macht und das auch nicht schlimm ja dann haben wir uns schon bpmn angeguckt jetzt habe ich eine folie zu weit gemacht business process model and notation die stärke von bpmn an der stelle ist dass es quasi ja eine diagrammsprache ist wenn man so will die ziemlich leicht zu lesen ist das heißt auch wenn ihr so ein diagramm malt und gibt es mal irgendwem der davon gar keine ahnung hat dann wird derjenige dieses diagramm einigermaßen gut verstehen können das heißt die einstiegshürde diese diagramme lesen zu können ist ziemlich niedrig und umgekehrt auch das heißt wenn man diese diagramme eben erlernen will um sie selber und die syntax erlernen will um sie selber zu erstellen auch das geht ziemlich leicht ja weil einfach so dieses set von elementen und kanten die man eben in diese diagramme malen kann ziemlich begrenzt ist und trotzdem ziemlich ausdrucksstark wir sind einheitlich ein akzeptierter standard ja das heißt das ist also nichts was da jetzt irgendwie nur in deutschland verwendet wird oder so sondern es ist weltweit anerkannt ja das heißt also ihr könnt damit mit leuten also könnt ihr die diagramme mal dann irgendwie in ein team kollegen aus den usa schicken und die wahrscheinlichkeit dass er das versteht ist ziemlich groß vielleicht sogar dass es gelernt hat in seiner ausbildung oder soja oder an der uni das ist das ist eine richtig tolle sache wenn man die bpmn diagramme ausreichend genau beschreibt also da ausreichend viele details reinschreibt dann sind die rein theoretisch sogar maschinell ausführbar kann man dann beispielsweise mit bpm machen das heißt also business process execution language ist nichts anderes als quasi eine erweiterung von dem bpmn standard der so ein bpmn diagramm mit so viel details anreichert dass das tatsächlich automatisiert ausführbar ist ja und hier nochmal quasi die übersicht über die wichtigsten flow objects also die wichtigsten knoten oder diagrammelemente die man in so ein bpmn diagramm rein machen kann wir haben hier oben die events erinnert euch sicherlich irgendwie so an das start und das end event und dann eben auch an die message stehen irgendwie asynchron reinkommen kann die intermediate events haben glaube ich gar nicht verwendet es gab diese activities ja also tasks und subprozesse und so prozess ist im prinzip nichts anderes als ein neues bpmn diagramm was ich irgendwo anders einbinden kann dieses plus war ja dafür dass man das so aufklappen kann irgendwie gateways womit ich ja verschiedene ausgänge von tasks zusammenführen kann und je nachdem was ich da verwende also ich da ob ich das ein exklusives gateway verwende oder so ein paralleles gateway ist die semantik was passiert eben eine andere und dann gibt es verschiedene arten von kanten oder connecting objects mit denen ich diese flow objects eben verbinden kann so das einfachste was man sich vorstellen kann ist einfach so ein sequence flow ist am ende des tages einfach ein pfeil heißt wenn ich irgendwie zwei tasks nebeneinander habe und sage okay erst passiert task 1 dann passiert task 2 dann mache ich da ein pfeil dazwischen das ist dann ein sequence flow das gleiche ist quasi noch mal wenn ich so message flow habe ist dann einfach nur der unterschied dass es eben eine nachricht anzeigt die zwischen zwei verschiedenen teilnehmern fließt und dann ebenso eine assoziation erinnert euch vielleicht wenn ich irgendwie dieses beispiel mit diesem dieser kursanmeldung habe was ich gezeigt hatte und man hat irgendwie so dieses anmeldungsformular dann kann ich dieses anmeldungsformular an eine bestimmte stelle in meinem bpmn diagramm mit dieser gestrichelten linie dran heften gibt noch ein paar mehr zugegebenermaßen ja wenn ihr in diesen bpmn standard rein guckt der ich glaube schlanke 500 seiten hat da wird man natürlich feststellen oh ja da gibt es noch ein paar mehr als diese drei kanten und diese fünf knoten tatsächlich kommt man aber mit den sachen die wir hier in der vorlesung gelernt haben das waren noch ein paar andere kommt man extrem weit ja auch wieder ein beispiel aus der praxis wie gesagt gestern abend erst wieder ein bisschen mit einem kollegen geworden die integration suite gesprochen er hat mir tatsächlich eine ziemlich ziemlich komplexen integration flow gezeigt der war so von den ausmaßen aber wenn ich das jetzt also auf bildschirm größe irgendwie so machen müsste irgendwie so mal so und die größe von den knoten war irgendwie so das heißt das waren ganz ganz viele knoten ganz ganz viele kanten dazwischen und die knoten und kanten das war im prinzip nichts anderes als quasi die knoten waren in der regel tasks ja und die kanten waren in der regel sequence flows reicht so ein paar stellen war da zum beispiel irgendwie noch mal so ein message dingen ja aber so das meiste war tatsächlich tasks und sequence flows und was hat das inhaltlich gemacht so auf ganz hoher flugebene die haben quasi mehr oder weniger zwei verschiedene systeme die haben auf der einen seite jira wo sie quasi ihre zeiten erfassen und die tickets tracken und auf der anderen seite in den s4 hana cloud wo sie ihre projektzeiten hinterlegen und was die jetzt gemacht haben mit diesem fetten integration flow war quasi jedes mal wenn einer ein mitarbeiter zeiten in dem jira getrackt hat dann gab es dann bestimmte syntax wie die ihre zeiten da aufgeschrieben haben und basiert auf dieser syntax hat dieser integration flow dafür gesorgt dass automatisch auf das entsprechende projekt mit der entsprechend richtigen zeit in dem s4 hana cloud gebucht wurde deswegen heißt das ganze auch integration suite weil man eben verschiedene systeme miteinander integrieren kann und das macht man wie gesagt mit bpmn diagramm am ende des tages Gut dann hatten wir zwei oder drei wochen Bei testen kam er dann auch noch mal ein kleiner entwicklungsblock so zu sagen Hatten wir uns ein bisschen mit entwicklung beschäftigt Hier an der stelle war es mir irgendwie ein persönliches anliegen es soll ja keine sap veranstaltung hier sein ganz bewusst nicht Dennoch halte ich für gar nicht so schlecht wenn man wenigstens mal eine veranstaltung hat wo man so ein kleines bisschen mal in sap reinguckt einfach damit man das gesehen hat damit man das gefühl hat okay was ist das eigentlich Hier an die übersicht über einen teil der sap module sind also nicht alle Ist aber dafür gedacht dass man erst mal so ein gefühl dafür kriegt okay Worüber sprechen wir eigentlich wenn wir von sap modulen sprechen Jemand unterteilt in diese vier quadranten waren wirtschaft produktion personalwesen und finanzen Bei der waren wirtschaft da haben wir solche module wie mms also materials management und Wm das ist warehouse management also warehouse management wirklich wenn ihr da an so ein amazon warehouse denkt oder so also wirklich so ein Lagerhaus ja wo die da diese regale stehen haben wo die ganzen verschiedenen produkte drin liegen Die daneben zu euch nach hause rausgehen am ende des tages und von diesen gibt es ja ganz viele Sowas wird zum beispiel mit dem warehouse management gemacht Der punkt was ihr hier mitnehmen solltet war okay es gibt erstens eine ganze reihe von sap modulen ziemlich viele sogar Und diese sap module haben einen ziemlich hohen komplexitätsgrad Ja und zwar ist es so hoch dass typischerweise so ein sap berater Sich in der regel auf ein oder zwei von diesen modulen in seinem leben spezialisiert Ja es gibt ganz ganz wenig leute die irgendwie mehr können Gerade wenn man jetzt irgendwie so in die richtung finanzen geht fico die machen nichts anderes als fico Ja das hat so eine hohe komplexität Dass man uns von den anderen sachen ein stück weit auch so weit weg Dass es keinen sinn macht sich dann auch mit irgendwas anderem zu beschäftigen Es gibt gerade so in dem linken bereich da oben dann also zwei drei module da ist das sogar sinnvoll dass die irgendwie zusammenhängen ja also gerade wenn ich so Und denke an warehouse management und extended warehouse management und dann eben logistik das gehört alles irgendwie zusammen Ja wenn ich mir so einen ganzen prozess angucke von von so einen wareneingangsprozess zum beispiel Dann sind die auch modulübergreifend ja Ja das heißt da gibt es durchaus leute die können gerade oben links können die irgendwie so zwei drei module die sind dann aber auch nicht annähernd so komplex Keine sap spezifische sache Aber dennoch genauso wichtig stammdaten wer sich bewegungsdaten merkt euch das einfach Weil es euch bei der modellierung und bei dem verständnis von Von bestimmten anforderungen einfach wahnsinnig hilft Typischerweise unterscheidet man in der software entwicklung zwischen stammdaten und bewegungsdaten Was sind stammdaten stammdaten repräsentieren in aller regel irgendwelche realen objekte In der welt also ein typisches stammdatum ist irgendwie so ein datensatz von einem menschen Ja das heißt wenn ich irgendwie mich nehme und sagen okay vorname andreas nachname scharf Der wohnt übrigens da und da Dann sind das stammdaten die ändern sich in der regel auch nicht so wahnsinnig häufig weder mein vorname noch mein nachname noch mein Mein wohnort ändert sich so wahnsinnig häufig deswegen ist das ein stammdatum So bewegungsdaten sind dann zum beispiel irgendwelche kaufverträge ja bestellungen die ich mache Die sind ja relativ kurzlebig ja das heißt ich mache irgendwie eine bestellung da stehen irgendwie produkte drin das produkt wiederum ist ein stammdatum Ja also wenn ich jetzt sage ich bestelle irgendwie ein neues macbook oder so Dann ist das macbook selber ist ein stammdatum ja das ist ein ganz konkretes gerät das ist irgendwie so macbook 13 zoll macbook pro oder so Und der alt die eines eigentliche bestellformular sozusagen hat die bestellung ist dann das bewegungsdatum und die linkt quasi Auf die stammdaten mich als empfänger da gibt es natürlich noch irgendeinen absender ja Dann dann das produkt was ich bestelle die adresse an die es geliefert werden soll und da gibt es dann innerhalb von dem von der bestellung selber noch irgendwelche tracking nummern und so Das ist dann alles gehört dann zu den bewegungsdaten An der stelle ist es auch besonders wichtig dass man sich da die die mengen verhältnisse auch immer in ins gedächtnis ruft wenn ihr beispielsweise entscheiden müsst okay in welche datenbank oder welchen datenbank typ nehme ich denn für die jeweiligen sachen also beispielsweise nehmen wir mal an ihr wollt irgendwelche messwerte von irgendwie heizkosten verteilern oder irgendwelchen regensensoren oder sowohl der kontinuierlich erfassen strom Umverbrauch kontinuierlich erfassen ganz typische bewegungsdaten müsst euch überlegen okay Wie viele daten wie vielen daten gehe ich da eigentlich um Da ist die menge an bewegungsdaten typischerweise exorbitant viel höher als die menge an stammdaten Stammdaten wenn ich jetzt hier irgendwelche irgendwelche messwerte für mich gebäude erfasse Und nicht alle gebäude hier in kassel nehmen würde Dann sind das zwar viele aber im vergleich zu den daten die sie produzieren Zu den bewegungsdaten sind es wenig man macht euch das einfach klar dass es da einfach einen unterschied gibt deswegen macht es auch sinn Diese beiden daten arten irgendwie zu unterscheiden dass die stammdaten Weiche richtern beispielsweise in der relational datenbank während ich die bewegungsdaten vielleicht in irgendwelcher zeit reinen datenbank speichern So dann haben wir uns ein bisschen mit ja methodiken beschäftigt Wir hatten So ein bisschen in die vergangenheit geschaut Was früher so gemacht wurde sind ja hier irgendwie in der it Und gucken uns aber trotzdem an okay was hat man womit hat man denn angefangen man hat in der it tatsächlich auch mit standard wasserfallentwicklung angefangen und leider leider ist auch heute noch Das wasserfallmodell oder das v modell was wir uns gleich angucken von insbesondere v modell xt ist leider leider bei behörden nicht selten vorgeschrieben So zu arbeiten deswegen ist es wichtig dass man das kennt bei dem wasserfallmodell Kommt ursprünglich aus dem bau und produktionsprozess und folgt im prinzip einer ganz fest vorgeschriebenen Reihenfolge von bestimmten phasen beginnend mit der anforderungsanalyse das heißt ich gucke mir erst mal an was ich eigentlich mache Schreibe dann mein lastenheft basierend darauf das pflichtenheft dann setze ich das ganze um das heißt ich baue irgendwie so das gebäude Dann probiere ich das aus und dann nehme ich das gebäude in betrieb Typischerweise ist das funktioniert das gerade so im bau und produktionsprozess sehr gut ist der grund warum es auch daher kommt In der softwareentwicklung funktioniert das in der regel nicht warum weil dieses wasserfallmodell einfach zu starr ist Ja hat sich herausgestellt dass man natürlich auch bei der softwareentwicklung irgendeine anforderungsanalyse macht und auch dort schreibt man lasten und pflichtenhefte aber bei der implementierung wäre man dann plötzlich fest Die annahmen die ich vielleicht bei dem schreiben von dem pflichtenheft getan getrieben habe Das stimmt ja so gar nicht das heißt ich muss ständig quasi zurück und ja bei dem wasserfallmodell kann ich hier auch ein stück weit zurück aber immer nur einen schritt Wenn man das jetzt mal gegen so agile vorgehensmodelle vergleicht dann gibt es hier im prinzip eine iteration mehr oder weniger eine große Also agilen vorgehensmodellen gibt es kleine iterationen dafür aber viele Eine kleine verbesserung zu dem wasserfallmodell ist das v modell und dann später eben auch das v modell xt das habe ich jetzt hier nicht noch mal mitgebracht Sieht im prinzip sehr ähnlich aus aber im prinzip ist das quasi wasserfall wo ich in der mitte von dem wasserfall das dinge nach oben geklappt hat So ganz grob ja Das macht ein ganz kleines bisschen besser aber Aber ist im vergleich zu dem zu agilen vorgehensmodell in der software entwicklung meiner ansicht nach trotzdem unterlegen einfach weil es zu starr ist Es gibt eine ganze reihe von vorgehensmodellen oder agilen vorgehensmodellen in der it das was ich so ein stück weit durchgesetzt hat Und etabliert hat ist scrum es gibt auch noch kann bahn ja es wird auch ganz ganz viel gemacht Es gibt auch scrum bahn quasi so eine mischung dazwischen Und dann gibt es noch ganz viele neue die jetzt hier auf den markt kommen und ein bisschen gehypt werden Viele von denen verschwinden auch einfach wieder Nach meinem dafür halten ist scrum tatsächlich das was aktuell zumindest am meisten praktiziert wird Und hier einfach ganz wichtig dass ihr diesen scrum prozess und die verschiedenen rituale und artefakte die es dort gibt Dass ihr die wenigstens schon mal gehört habt und ein stück weit einordnen könnt Hier fangen wir an mit dem mit dem product backlog Product backlog könnt ihr euch einfach so vorstellen dass es ein großer sack ist wo quasi ja alle anforderungen irgendwie reingekippt werden Ja so taskweise quasi Alles was irgendwie dafür notwendig ist um eine bestimmte anwendung zu erstellen um zu einem bestimmten ziel zu kommen Da können eben auch sachen drin sein die vielleicht nur nice to have sind oder die einfach cool sind ja und gar nicht unbedingt dafür notwendig sind Um ein erstes release zu machen Bevor ihr überhaupt anfangt das macht ihr im prinzip einmal bevor ihr scrum startet solltet ihr eine definition of ready und eine definition of done machen Die definition of done ist hier oben rechts das müsst ihr einmal definieren Ja ihr müsst euch überlegen wann genau ist denn ein item was in diesem sack in dem product backlog drin ist Wann genau ist das ready um bearbeitet zu werden Dazu gehört zum beispiel dass das ding irgendwie einen titel hat Dass es eine gescheite beschreibung hat Dass es vielleicht irgendwelche akzeptanz kriterien hat Und so weiter und so fort ja Es gibt wenn ihr einfach mal googelt nach scrum definition of ready kriegt ihr auch Vorschläge was da so drin stehen könnte Macht das einfach beschäftigt euch ein bisschen damit Und ja in eurem team Schreibt das einfach zusammen einigt euch einfach auf eine definition of ready Aber es gibt nichts schlimmeres als aus dem product backlog irgendwas rauszunehmen Was tatsächlich noch nicht ready ist Und dann in den sprint reinzupacken Wie gesagt in dem product backlog Seht das als großen sack wo ihr erstmal alles rein schmeißt Ihr habt eine fixe idee und ihr schmeißt das da rein Die muss noch nicht ready sein die idee Ja da fehlt vielleicht auch noch die beschreibung Das hat nur einen titel das ding Ready wird es dann gemacht in dem backlog refinement So vom umfang her und wie häufig man dieses backlog refinement macht Das ist auch sehr unterschiedlich Aber gerade am anfang macht man tatsächlich wöchentlich Manchmal sogar mehrfach wöchentlich Macht man so refinement sessions Wie sieht das aus man setzt sich zusammen Holt wieder so ein packen aus dem product backlog raus Guckt sich jedes einzelne an Im team und versucht halt Ja das zu verstehen Versucht dieses ticket so zu erweitern Dass dann eben alle wissen um was es geht Und was getan werden soll Dann kommt es irgendwann mal dazu Dass tatsächlich ein sprint planning ansteht Ja das heißt also ihr überlegt euch Was ihr jetzt in dem aktuellen oder in dem nächsten sprint zyklus machen wollt So ein sprint zyklus haben wir ja gesagt Ist irgendwie alles zwischen einer und vier wochen oder so Das ist so ganz typisch In der praxis wird meistens irgendwas zwischen zwei und drei wochen gemacht Das häufigste was ich erlebt habe ist zwei wochen Abhängig davon wie vielleicht auch gerade feiertage liegen oder so So wie vielleicht die urlaubssituation ist Macht es irgendwie Sinn das vielleicht auch dreiwöchig zu machen Das kommt mir immer ein bisschen drauf an In diesem sprint planning guckt ihr dann also in eurer sprint backlog In dem sprint backlog sind also alle Elemente aus dem product backlog drin Die die definition of ready bestanden haben Dann guckt ihr also auf euer sprint backlog Und entscheidet gemeinsam Oder der PO macht das Der product owner Was in den aktuellen sprint eben reinkommt Oder in den nächsten sprint reinkommt Typischerweise sollte es so sein Dass wenn ihr Dinge in den sprint reinzieht Oder plant Dass dann an jedem Element was ihr da reinzieht Eine Schätzung dran steht Weil wir hier bei scrum sind Wird typischerweise mit story points geschätzt Wir hatten dieses story point schätzen spiel Hier in der runde gemacht Wo ich mal zwei tasks hatte Wo wir dann dieses planning poker gemacht haben Ihr erinnert euch vielleicht Wo ihr dann einfach mal schätzen durftet Und wir uns dann quasi auf einen komplexitätsgrad geeinigt haben Ja dann geht der sprint dann eben los Oben mit dem daily scrum Das heißt typischerweise macht man wirklich ein daily Ja man trifft sich morgens mittags oder abends Meistens trifft man sich irgendwie mittags vor dem mittagessen Das ist irgendwie eine ziemlich gute zeit Wie es sich herausgestellt hat Weil dann hat man morgens schon mal so ein bisschen zeit Um einfach zu arbeiten Ja man wird nicht erstmal durch ein meeting blockiert Und kurz vor mittag hat man eh Hunger Ja dann kann man da nochmal sich eine viertelstunde treffen Da vielleicht auch noch ein tipp Versucht das daily wirklich kurz zu halten Also auf keinen fall länger als eine halbe stunde Macht eher eine viertelstunde Selbst wenn euer team groß ist Ja also wir hatten teamgrößen von zum teil sieben oder acht leuten Und wir haben nicht länger als eine viertelstunde gebraucht Bei dem daily besprecht ihr einfach was ihr gestern gemacht habt Was ihr heute macht Und ob ihr irgendwelche blocker habt Ja die euch quasi an dem fortkommen hindern Mehr macht ihr nicht Und wenn ihr dann sagt Ja bei mir gibt es keine updates Ich habe keine blocker Dann seid ihr durch Ja es geht nicht darum euch zu kontrollieren Das ist ganz wichtig So dann ist der sprint dann irgendwann vorbei Ja nehmen wir mal in erst zwei Wochen Dann ist es wichtig Dass bevor ihr ein Ticket wirklich als fertig markiert Dass ihr euch das Ticket anschaut Und es gegen eure Definition of Done prüft Denn gerade in der Softwareentwicklung ist es so Dass ein Entwickler doch ziemlich schnell sagt Oh ja ich bin fertig Und das ist dann aber in aller aller Regel So ein Entwickler fertig Dann fragt man immer Ist es jetzt fertig oder ist es fertig fertig In der Definition of Done steht dann zum Beispiel drin Ist deployed auf Test Ja hat eine Test Coverage von mindestens 80% Na nur um so zwei Beispiele zu nennen Auch da wenn ihr googelt Definition of Done Findet ihr auch wieder jede Menge Beispiele Die ihr bei eurer eigenen Definition of Done Anwenden könnt Sucht euch das Kopiert euch das zusammen Denkt darüber nach Sprecht darüber im Team Und einigt euch auf eine Definition of Done Das ist nichts nerviger Als wenn ihr einen Task vermeintlich fertig habt Und drei Wochen später feststellt Na das ist ja noch gar nicht fertig Das hat ja gar keiner mal Ein einziges Mal deployed Ja da gibt es ja noch Bugs Geht nicht So dann gibt es ein Sprint Review Am Ende eines Sprints In dem Sprint Review ist es typischerweise so Dass das ein offenes Review ist Ja das heißt dort werden alle Stakeholder Die da dran Presse haben eingeladen Prinzipiell ein freiwilliges Teilnehmen Für die Stakeholder An dem Review Aber bietet denen die Möglichkeit Zu kommen Und er ermutigt sie auch Ja Weil davon lebt dieser ganze Scrum Prozess Macht keinen Sinn Wenn sich die Stakeholder denken Also der Kunde jetzt beispielsweise Naja ist ja super Ja Wir haben ja gesagt Nächstes Jahr um die gleiche Zeit Sind wir fertig Also Dann gucke ich mir irgendwie In einem Dreivierteljahr oder so Das erste Mal an Was ihr gemacht habt Das ist nicht der Sinn von Scrum Der Sinn von Scrum geht erst dann auf Wenn auch der Kunde in regelmäßigen Und hoffentlich kurzen Abständen Den Entwicklungsprozess Ich will jetzt nicht sagen Ja kontrolliert Beobachtet Aber einfach ein Gefühl dafür bekommt In welche Richtung läuft das Ganze So dass man frühzeitig Gegensteuern kann Wenn es in die falsche Richtung läuft Deswegen ladet die ganzen Leute da ein Präsentiert euer Inkrement Das heißt also Bereitet dieses Sprint Review und Meeting Wirklich gut vor So vom zeitlichen Aufwand her Gehen diese Reviews tatsächlich Zum Teil relativ lang Also eine Stunde Oder anderthalb Stunden Je nachdem Bereitet das aber gescheit vor Bereitet Demos vor Bereitet eventuell Eine Folie vor Falls es sinnvoll ist Es hängt eben davon ab Was ihr gemacht habt Und präsentiert das Wenn ihr so richtig cool sein wollt Dann fragt ihr Die entsprechenden Stakeholder auch Nach dem Review Ist dieser Sprint quasi abgenommen oder nicht Ja Also ist das Ist das das Was ihr euch vorgestellt habt Oder nicht Daumen hoch oder Daumen runter Genau Idealerweise Das ist das Ziel Von diesen Sprints Hat man an jedem Sprint Ein auslieferbares Inkrement Gerade am Anfang Ist das wahnsinnig schwer Weil man noch ganz ganz viel Mit so Infrastruktur Themen beschäftigt ist Ja man muss erst Von Projekt aufsetzen Und so Man schreibt die ersten Zeilen Code Und bis da dann tatsächlich Mal was lauffähiges ist Was man auch zeigen kann Vergehen vielleicht Zwei, drei, vier Sprints Das ist auch nicht schlimm Diese Zeit braucht man sowieso Um sich im Team So ein bisschen zurechtzurütteln Um die Velocity zu berechnen Das heißt also Wie viele Story Points Die ihr geschätzt habt Schafft ihr denn wirklich Jetzt mit eurem Team Das ist kein Thema Ja Aber Arbeitet darauf hin Dass ihr wirklich Ein auslieferbares Inkrement habt Das ist nichts frustrierender Als wenn man Sprint Für Sprint Für Sprint Für Sprint arbeitet Und ihr kommt niemals Irgendwie zu einem Punkt Wo ihr sagt Hey cool Da sehe ich ja mal was Das ist ausführbar Ja da kann ich mal was zeigen Ganz am Ende Eines jeden Sprints Steht auch eine Retrospektive Im Vergleich zu dem Sprint Review Ist die Retrospektive Nur für euch intern Ja Das heißt Das ist nur euer Team intern Der PO Der Scrum Master Und die Entwickler Ja Keiner Stakeholder Sonst niemand Das ist wichtig Weil in der Retrospektive Gilt die Vegas Regel Das heißt Was in dieser Retrospektive passiert Bleibt in der Retrospektive Dieses Ding wird auch nicht aufgezeichnet Auch im ganzen Gegensatz Zu dem Sprint Review Was sehr gern aufgezeichnet werden kann Weil eben Nicht bei jedem Sprint Review Die entsprechenden Stakeholder Zeit haben Teilzunehmen Und wenn genug Interesse besteht Können die sich dann aber Die Aufzeichnung nochmal angucken Bei der Retrospektive Eben genau das nicht machen Ja Also nicht aufzeichnen Warum Weil es hier drum geht Den Sprint nochmal Revue passieren zu lassen Auch für die Retrospektive Wenn ihr da mal googelt Nach Scrum Retrospektive Findet ihr so verschiedene Boards Ja Wo ihr dann zum Beispiel sagen könnt Okay Was lief nicht gut Was lief gut Was sind Ideen Was können wir tatsächlich verbessern Und da will man offen sprechen können Ja Es geht nicht darum Jemanden da in den Pranger zu stellen Oder so Aber wenn wir festgestellt haben Ja Wir haben wahnsinnige Probleme Mit unserem Deployment Prozess Weil Vielleicht gibt es auch noch gar kein Weil Wir haben es nur festgestellt Dann kann man in der Retro Darüber sprechen Wie man damit jetzt umgeht Entweder Findet man gemeinsam schon Den Grund in der Retro Oder man definiert eine Action In der Retro Die eben sagt Okay Also wir müssen in dem nächsten Sprint Müssen wir mal irgendwie Einen halben Tag investieren Um mal zu schauen Warum wir ständig Bei der Pipeline Abbrüche Bei dem Ausführen Der automatisierten Tests haben Da müssen wir mal Zeit investieren Ja Retro Ganz wichtig Um besser zu werden So In Vorbereitung Auf unsere Entwicklungstasks Haben wir dann gesagt Okay Macht Sinn So ein kleines bisschen Mal In die Protokolle rein zu gucken Und Um dann gleich Auf das O-Data-Protokoll zu kommen Haben wir uns erstmal REST angeguckt REST ist ziemlich wichtig Wenn man sich Im Web Und in der Webentwicklung Tummelt Dass man einfach versteht Oder mindestens grundlegend versteht Was es ist REST steht für Representational State Transfer Ist am Ende des Tages Quasi so ein Paradigma Kein Protokoll in dem Sinne Ein Paradigma Für eine bestimmte Art Von Software Architektur Und ohne jetzt hier Auf jedes Detail Nochmal eingehen zu wollen Geht es vor allem darum Dass es eine Kleine Server Architektur ist Und zustandslos ist Ja Das heißt Wenn ihr eine Kleine Anwendung habt Das heißt Ihr habt eurem Browser Wo halt irgendwie JavaScript Code drin läuft Und ihr habt einen Server Gegen den ihr irgendwelche Requests macht Dann ist der Sinn Und Zweck von REST Dass es einfach zustandslos ist Das heißt Es ist egal Wie viele Instanzen Ihr in eurem Backend Von eurem Service Hochgefahren habt Und welche Diese Anfrage Von dem Browser Jetzt bearbeitet Es muss zustandslos sein Damit ihr dann eben auch Euer Backend Entsprechend skalieren könnt Und alle Informationen Die man dann eben Zur Die das Backend Zur Abarbeitung Von dem jeweiligen Request braucht Müssen in dem Request Irgendwie drinstecken Ja Basierend auf dem REST Paradigma Gibt es dann das OData Protokoll Steht für Open Data Protokoll Wurde ursprünglich mal 2007 von Microsoft entwickelt Und liegt in der aktuellen Version V4 vor Wie gesagt Basiert auf REST Ich weiß nicht genau Wo die V3 geblieben ist Die muss irgendwo Vor die Hunde gegangen sein V1 ist so steinalt Das verwendet keiner mehr Das was heutzutage noch Verwendet wird Sind V2 und V4 Es gibt ein paar Unterschiede Von V2 zu V4 Ich glaube das ist ganz klar V4 wie der Name schon suggeriert Ist irgendwie eine Erweiterung Von dem V3 Beziehungsweise V2 Standard Hat eine etwas vereinfachte Syntax Hat eine vereinfachte Payload Der Standard Die Standardausgabe von V4 Im Vergleich zu V2 ist JSON Statt XML Genau Da tatsächlich aus eigener Erfahrung Wir sind ja ganz ganz viel dabei Bei der Octavia Auch Web Anwendungen zu schreiben Ganz viel natürlich mit Mit OData und Subcap und OpenUI5 Und UI5 Und wir haben mit OData V4 Tatsächlich begrenzt gute Erfahrungen gemacht Das heißt es gibt bestimmte Features Diese gibt es bei OData V4 Tatsächlich noch nicht Beziehungsweise werden von den Frontend Bibliotheken Nicht unterstützt Deswegen da wäre unsere Empfehlung an der Stelle Nehmt lieber V2 aktuell noch Gut Letzte Session vor Weihnachten Anforderungsdokumente Hier vielleicht nochmal die Definition von Anforderungen Eine Bedingung oder Eigenschaft Die man braucht um ein Problem zu lösen Oder ein Ziel zu erreichen Die zweite die kippen wir uns jetzt mal Wir haben gesagt Es gibt irgendwie verschiedene Arten von Anforderungen Man kann die so ein bisschen clustern Es gibt so Funktionale Anforderungen Also wirklich welche Funktionen soll denn meine Software haben Nicht funktionale Anforderungen Das sind solche Sachen wie Antwortzeiten Ja Also das ist jetzt keine Funktion Das sagt kein Kunde Ja ich möchte gern Dass meine Anwendung Oder dass die Software in unter 50 Millisekunden antwortet Was er sagt ist Ich möchte dass es nicht langsam ist Klar Oder umgekehrt Ich möchte dass es schnell ist Das sagt er schon Aber der gibt euch in der Regel keine festen Werte vor Das sind so nicht funktionale Anforderungen Geschäftsanforderungen Qualitätsanforderungen Bestimmte Benutzeranforderungen Systemanforderungen Das sind so die Anforderungsarten Mit denen man typischerweise so konfrontiert ist Bei dieser Anforderungsanalyse generell Kann man wie gesagt auch eine eigene Vorlesung draus machen Gibt es im Prinzip vier Schritte Die man da durchführen muss Wir ermitteln die erstmal Dafür gibt es bestimmte Ermittlungstechniken Die hatten wir uns in der Vorlesung auch Beispielhaft angeschaut Dann muss ich diese Anforderungen In irgendeiner Art und Weise validieren Und verifizieren Da hatten wir uns dann auch Validierungs- und Verifikationstechniken Angeguckt Ich muss die in irgendeiner Art und Weise dokumentieren Gibt es verschiedene Beschreibungstechniken Und natürlich verwalten Also in welchem Tool mache ich das eigentlich Passend zu dem Wasserfallmodell und dem V-Modell Hatten wir nochmal so ein kleines bisschen Überlasten- und Pflichtenheft gesprochen Ich möchte jetzt an der Stelle Gar nicht mehr so dediziert drauf eingehen Ich kann mich gar nicht daran erinnern Weil ich so ein richtiges Pflichtenheft Das letzte Mal geschrieben habe Weil wie gesagt die meisten Softwareprojekte Eher agil sind Und da macht man also gar nicht mehr So ein full-fledged Pflichtenheft-Dokument Nach meiner Erfahrung Werden diese Lasten- und Pflichtenhefte Insbesondere dann noch in so Branchen gemacht Die tatsächlich sehr reguliert sind Also wenn ihr irgendwie in der Medizintechnik seid Oder zum Teil auch im Automotive-Sektor Da gibt es sehr starke Regularien Die die Unternehmen eben auch einhalten müssen Und dann ist das notwendig und sinnvoll Hier an der Stelle merkt euch einfach Das Lastenheft kommt quasi vom Kunden Das sind quasi die Kundenanforderungen Das Pflichtenheft wiederum ist das Ding Was ihr schreibt Was auf dem Lastenheft basiert Wie entsteht dieses Pflichtenheft? Im Prinzip kopiert ihr das Lastenheft Und macht für jede Anforderung Überlegt ihr dann alles klar Wie möchte ich das denn konkret umsetzen? Das Lastenheft ist in der Regel statisch Das heißt der Kunde gibt das einmalig aus Das ist häufig auch Teil von der Projektausschreibung Wenn ihr so eine Projektausschreibung seht Dann habt ihr dann sehr häufig schon Zugriff Auf das eigentliche Lastenheft Beziehungsweise bekommt es dann auf Anforderung Weil ihr müsst ja irgendeine Art von Schätzung machen Wenn ihr ein Angebot abgeben wollt Deswegen ist das relativ statisch An der Stelle auch wichtig Das ist lösungsfrei In der Regel stehen in Lastenheften Keine Informationen dazu drin Wie ein bestimmtes Problem gelöst werden soll Mit welcher Programmiersprache Irgendwas gelöst werden soll Also es sei denn Das Unternehmen hat beispielsweise Eine interne IT-Abteilung Wo die wissen Ja okay Das sind JavaScript-Experten Dann wäre es irgendwie blöd Wenn ich dann in das Pflichtenheft reinschreibe Wir machen alles mit PHP Dann mache ich dann vielleicht doch irgendwie JavaScript Oder TypeScript Nach meiner Erfahrung ist es so Dass es Kunden gibt Die kriegen das mit dem Lastenheft Schon ziemlich gut selbst hin Nicht selten Gibt es aber so eine Art Vorprojekt Bei dem Kunden Gerade wenn es irgendwie ein bisschen komplexere Projekte sind Gibt es Vorprojekte Wo man mit dem Kunden gemeinsam Ein Stück weit auch das Lastenheft schreibt Die meisten können das tatsächlich nicht So dann war Weihnachten Silvester Wir haben uns im neuen Jahr wieder getroffen Und haben uns ein bisschen Mit dem Thema Testing beschäftigt Haben uns erstmal so ein bisschen angeguckt Was ist denn eigentlich testen Und warum machen wir das eigentlich Ganz klar, Software, die irgendwie nicht richtig funktioniert Ist im besten Fall dumm Blöd, nervig Im schlimmsten Fall kann es tatsächlich zum Tod führen Ich habe jahrelang, wie gesagt An solchen Infosomaten und Perfusoren gearbeitet Die es in Krankenhäusern gibt Die auf Intensivstationen stehen Und wenn es eben bei diesen Pumpen einen Fehler gibt Dann kann das unter Umständen zum Tod führen Das glaube ich ganz klar, ja Deswegen ist da natürlich wichtig Dass das ausreichend gut getestet ist Software testen ist am Ende des Tages Also ein Mittel, die Qualität von Software zu beurteilen Und das Risiko einer Fehlerwirkung Im Betrieb zu reduzieren Man wird in der Regel nicht dazu kommen Eine Software komplett fehlerfrei zu bekommen Meistens jedenfalls nicht Ganz klar Je weniger, also je älter eine Software ist Und je weniger sie sich ändert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit Dass ich die Fehler freikriege Das ist klar Aber gerade wenn ich eine Software habe Die tatsächlich gerade noch im Entwicklungsprozess ist Die noch nicht Feature-Complete ist Dann wird es immer wieder passieren Dass ich da Fehler habe Das ist einfach so Die Frage ist eben nur Wie gehe ich damit um Und wie minimiere ich diese Fehler Es ist besonders wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht Wie ich teste Dafür gibt es kein Allheilmittel Und abhängig davon Was ich jetzt hier vorliegen habe Also ob ich zum Beispiel Ob ich es auch mit Hardware zu tun habe Ja, wenn ich jetzt irgendwie Ein E-Auto Oder ein autonom fahrendes Auto Testen möchte Dann muss ich das schlichtweg ganz anders testen Als wenn ich irgendwie so ein Web-Service habe Das muss ich einfach andere Tools verwenden Ich muss mir Die Überlegung, wie ich das teste Ist schlichtweg eine andere Wir haben uns dann so ein kleines bisschen Die verschiedenen Teststufen angeguckt Die es gibt Und hier an der Stelle war besonders wichtig Dass es ähnlich wie bei den Rollen Wenn ihr da mal googelt Was gibt es denn für Teststufen Dann werdet ihr feststellen Gibt es aber irgendwie noch andere Teststufen Die jetzt hier gar nicht auftauchen Oder umgekehrt Jetzt gibt es hier plötzlich Teststufen Die ihr in den ersten 5 Google-Ergebnissen nicht findet Das ist ein Stück weit klar Und liegt daran Dass diese Teststufen Die wir hier haben Auch in der Praxis Häufig gar nicht klar voneinander abgrenzbar sind Hier an der Stelle eben wichtig Besprecht im Team Idealerweise Bevor ihr mit der Softwareentwicklung startet Was für Arten von Tests ihr habt Man hat typischerweise Irgendwelche Komponententests Integrationstests Systemtests Und Abnahmetests Das sind so die groben Die groben Teststufen Die man in der Regel hat Aber wo sozusagen Die eine Teststufe endet Und wo eine neue anfängt Das hängt nicht selten Ganz stark von Eurem konkreten Produkt ab Redet darüber Ganz ganz wichtig Wir haben dann so ein bisschen Über TDD gesprochen Test-Driven Development So ein bisschen sozusagen Die Extremform von Testen Am Ende des Tages Testgesteuerte Entwicklung Bei der der Entwickler eben Vor dem eigentlichen Entwickeln Der Funktionalität Den Test schreibt Das klingt jetzt im ersten Moment Irgendwie total behämmert Ja, weil wie soll ich denn Einen Test für was schreiben Was es nicht gibt Typischerweise funktioniert das so Dass man Einen Test schreibt Ja, man versucht dann Irgendwie so eine Startsituation Zu erzeugen Man stellt dann fest Och, ich kann ja gar kein Objekt von meiner Klasse Instanziieren Weil es die Klasse gar nicht gibt Dann erstellt man also Den Rumpf der Klasse Dann habe ich irgendwie Eine Aktion Die ich gerne in dem Test Aufrufen würde Ich stelle fest Verdammt Ich habe ja gar keine Funktion Gar keine Methode Die ich auf diesem Objekt Aufrufen kann Dann erstelle ich eben Diese Funktion Die ist aber leer So, dann kann ich die aufrufen Und danach habe ich als drittes Die Überprüfung Von meinem erwarteten Ergebnis Und dann kann ich den Test Laufen lassen So, der wird Sehr wahrscheinlich Fehlschlagen Weil ich habe ja keine Implementierung Und dann gehe ich aber her Und implementiere quasi So lange Bis dieser Test grün wird Und im Prinzip Ist das quasi So das TDD nach Kent Beck Wo man eben sagt Okay, ich habe da quasi So Mikroiterationen Wo ich eben erstmal Dafür sorge Dass ich Ja, einen Test habe Der rot wird So wie ich es jetzt gerade Beschrieben habe Dann sorge ich dafür Dass der Test grün wird Indem ich dann eben Meine Methoden implementiere Gegebenenfalls Bugs fixe Ja Und ganz am Ende Mache ich dann eben Nochmal so ein Refactoring Räume quasi meinen Code auf Ja Am Ende des Tages Muss man hier halt sagen Okay, das ist ein relativ Hoher Aufwand Und wenn ich das nicht gewohnt bin Diese Art von Tests Zu schreiben Das heißt Ich schreibe erst die Tests Und danach den Code Dann ist das auch erstmal Sehr ungewohnt Und dauert deshalb auch lang Der Vorteil Wenn ich das tue ist Dass mein Code Tatsächlich gut testbar ist Macht ja auch Sinn Weil ich habe erst den Test geschrieben Und danach den Code Wenn ich es umgekehrt mache Stelle ich dann leider Sehr häufig fest Dass wenn ich Code testen möchte Der nicht fürs Testen ausgelegt ist Dann fange ich dann plötzlich an Und mache irgendwelche Methoden Von Klassen Die aktuell private sind Mache ich plötzlich Public Damit ich die in meinem Test aufrufen kann Und das ist aber doof Und das ist dann in der Regel ein Zeichen dafür Dass in meiner Klassenstruktur Irgendwas nicht ganz gerade ist Das passiert einem bei TDD Deutlich seltener Weil ich da eben schon quasi die Klassen so konstruiere Dass ich sie eben gut testen kann Dennoch hier Praxistipp an der Stelle Wenn ihr das Budget dafür habt Macht das Wenn ihr das Budget dafür nicht habt Sorgt wenigstens dafür Dass ihr nachdem ihr die Funktionalität implementiert habt Auch den entsprechenden Test schreibt Relativ wichtig Um auch Regression zu vermeiden Sind generell Tests Wenn ein neuer Bug auftritt Dann tritt er offenbar auf Weil ihr keinen automatisierten Test dafür habt Weil sonst hättet ihr den ja vorher gefunden Wenn dieser Bug auftritt Schreibt dafür einen Test Bevor ihr den Bug fixt Der Test wird dann rot Weil ihr habt den Bug jetzt quasi gefunden Dann fixt ihr euren Code Und dann wird der Test hoffentlich grün So sorgt ihr dafür Dass quasi sukzessive eure Coverage Und die Testfallabdeckung besser wird Und ihr könnt wesentlich effizienter entwickeln Ihr braucht keine Angst haben Dass wenn ihr bestimmte Stellen in eurem Code anfasst Dass ihr versehentlich An irgendeiner Stelle An irgendeiner anderen Stelle was kaputt macht Das ist gang und gäbe Ihr seid an irgendeiner speziellen Stelle am Code Ihr fügt ein neues Feature ein Ihr fokussiert euch natürlich auf das Feature Oder auf das Fixen von diesem einen Bug Und guckt in der Regel ganz ganz wenig nach links und rechts So und dann ist die Gefahr der Regression wahnsinnig groß Wenn ihr keine ausreichende Anzahl von automatisierten Tests habt Damit es nicht zu trocken ist Hatten wir uns ein bisschen Gage und Taiko angeguckt Gage und Taiko So diese Kombination von Gage-Tests Die so ein bisschen natürlichsprachlich sind Die ja unter der Haube mit JavaScript Beziehungsweise auch TypeScript implementiert werden können Die es aber insbesondere Testern Wenn man so ein richtiges Quality Assurance Oder Testing Team hat Erlauben selber Tests zu schreiben Obwohl das eigentlich keine Programmierer sind Das ist eine super Sache Taiko Dann sozusagen zur Browser-Steuerung Und das funktioniert ziemlich gut zusammen mit Gate Wo man dann einfach sagen kann Okay, teste bitte Ob der Bestellprozess in meiner Applikation funktioniert An der Stelle im Prinzip Blackbox-Test Das heißt also, ich sage irgendwie Log dich mit einem bestimmten User ein Lege bestimmte Produkte in den Warenkorb Und drück Bestellen Und prüfe danach, ob dein Pop-Up aufgegangen ist Wo steht Bestellung erfolgreich? Da prüfe ich also nicht Ob bestimmte Funktionen In meinem Backend-Code Den erwarteten Rückgabewert haben Ganz wichtig So, nachdem wir dann Irgendwie mal getestet haben Kommen wir dann hoffentlich mal zu dem Punkt Wo wir das Ganze releasen Und dann in die sogenannte Hypercare-Phase übergehen Jetzt kommen wir schon dahin Wo wir dann letzte Woche aufgehört haben Hier vielleicht nochmal die ganz kurze Wiederholung Die Grafik finde ich eigentlich ziemlich schön Wir sehen hier unten nochmal die verschiedenen Phasen Die so ein Projekt durchläuft So von der Konzeption, Umsetzung, Go-Live Dann schließlich zum Hypercare- und Regelbetrieb Wir haben im Prinzip jetzt zwei Kurven Das heißt, die blaue ist der Aufwand Der innerhalb von dem Projekt stattfindet Und unten diese orangen ist der Support-Aufwand Ganz klar, am Anfang, wenn ich irgendwie alles neu entwickle Dann habe ich einen relativ hohen Projektaufwand Und der Support-Aufwand ist relativ gering Klar, meistens, weil das Ding auch noch nicht live ist Ja, da habe ich vielleicht ein paar Key-User Die dann eben mein Produkt, meine Anwendung testen Aber da braucht es nicht wahnsinnig viel Support In dem Moment, wo ich dann eben live gehe Ja, und das dann mehr Leute verwenden Ist der Support-Aufwand steigt dann Ich glaube, das ist auch relativ klar Weil es dann eben mehr Leute verwenden Die Last steigt Das heißt, da muss ich dann eben dafür sorgen Dass ich die nötige Unterstützung bereitstelle Dementsprechend ist es aber so Dass der Projektaufwand dann in der Regel runtergeht Wie weit der runtergeht Ob der wirklich auf Null sinkt Oder ob der sich irgendwo einpendelt Wir hatten so ein bisschen auch darüber gesprochen Letzte Woche Ob es auch möglich ist, dass diese Kurven sich annähern Ja, auch das gibt es Das hängt ein Stück weit davon ab Was man mit dem Kunden vereinbart Wenn man beispielsweise Nach der eigentlichen Hypercare-Phase In den Regelbetrieb übergeht Und für den Regelbetrieb In den Application-Management-Vertrag Vereinbart Das heißt also, man betreut quasi Diese Anwendung danach weiter Also nach dieser Intensivphase Hypercare Dann kann es sehr gut sein Dass Projektaufwand und Supportaufwand Sich wieder annähern Weil dann kommt der Kunde und sagt Ach, ich möchte aber gerne hier noch Ein neues Feature haben Oder könnte vielleicht den Bug noch fixen Und dann habe ich wieder mehr Projektaufwand Und vielleicht ein bisschen weniger Supportaufwand Gut, dann haben wir uns ein bisschen Um Change-Management gekümmert Die Historie Die lassen wir jetzt hier mal so ein bisschen außen vor Wie gesagt, hier Buchempfehlung an der Stelle Managing at the Speed of Change Wenn euch das interessiert Schaut doch da gerne mal rein Hier möchte ich ein kleines bisschen Mehr noch drauf eingehen Weil es Ja Relativ wichtig ist Und gerade in der Praxis Wir haben hier eine Veränderungskurve Die man im Change-Management Generell beobachten kann Das heißt, wenn ihr irgendwie So ein neues Produkt Oder eine neue Dienstleistung Oder so in einem Unternehmen einführt Dann durchlauft ihr im Prinzip Immer diese Kurve Ganz grob ist es so Dass ihr Auf der Y-Achse Quasi so die Performance habt Performance im Sinne von Wie effizient arbeiten denn die Mitarbeiter Wie effizient ist der Geschäftsprozessablauf Und auf der X-Achse die Zeit Wir kommen von irgendeinem vorhergehenden Zustand Hier von dem Former State Das ist also quasi so mehr oder weniger jetzt Der irgendeine Art von Performance hat Also hier diesen Wert hier quasi Und dann kommt ihr um die Ecke und sagt Hey, wir haben hier ein neues Produkt Eine neue Dienstleistung Die wollen wir übrigens bei euch einführen Mit dem Ziel natürlich die Performance zu steigern Das ist das Ziel an der Stelle Und dann gibt es erstmal hier So diesen Überraschungseffekt So nach dem Motto Huch, wie Ne, das weiß ich nicht Mit auch so ein bisschen Ablehnung sozusagen Habe ich jetzt ehrlich gesagt Gar keinen Bock drauf Und da bist du ja schon der zehnte Der mir das anbietet Und hat nie geklappt Möchte ich nicht Außerdem arbeite ich doch schon Die letzten zehn Jahre mit dem Tool Und funktioniert doch gut Ja, also auch so ein bisschen Ablehnung So, das heißt also Die Performance ist dann nach diesem Überraschungsmoment Nach diesem Schockmoment quasi Geht wieder so ein bisschen nach oben Geht wieder so auf den Auf den ursprünglichen Zustand Mit der Begründung Da wird ja eh nix Ja, kommt ja eh nicht Ja, haben wir schon zehnmal gemacht So, dann merken die dann irgendwann Verdammt, kommt doch Ja, die meinen das ernst So, die wollen das wirklich machen Dann geht die Performance wieder nach unten Weil die Leute zum Teil Wirklich einfach keinen Bock darauf haben Auf Veränderungen Das ist das Problem an der Stelle Und dann geht so ein bisschen So dieser innere Kampf los Und das ist auch genau die Stelle Wo dann, ja Der Frosch ins Wasser springt Wo ihr an der Stelle Euch richtig ins Zeug legen müsst Zusammen mit der Mit der Führungsetage Mit den Leuten Die so ein Stück weit eben auch Die Möglichkeit haben Die entsprechenden Leute Mitzunehmen Zu beeinflussen Denen gut zuzureden Dass es Sinn macht Das zu tun Das heißt also Man hat hier dieses Ringen Ja, also dieses Ringen Mit sich selbst Dieses Ringen mit der Führungsetage Die das unbedingt will Und wo man dann hoffentlich Zu dem Schluss kommt Dass ich das Ganze mal ausprobiere Und eben nicht resigniere Ja, wenn man also an der Stelle Nicht die Leute nicht dazu kriegt Mitzumachen Dann hat man verloren Ja, dann ist das ganze Projekt gescheitert Wenn ich die aber dazu kriege Mitzumachen Und ich die idealerweise Sogar dazu kriege Sich zu committen Und Commitment Kriegt man immer dann Wenn man die Leute mitnimmt Ausreichend Und die finden das sogar cool Die merken auf einmal Oh wow Jetzt muss ich ja Bestimmte Tätigkeiten Die vielleicht vorher Sehr nervig waren Aufwendig waren Die sind jetzt deutlich leichter Macht mehr Spaß Dann nehmen wir die Leute mit Und dann Liked dann hoffentlich Hier auch in dem Future State Dann eben die Gesamtperformance Das ist das eigentliche Ziel dahinter Wichtig an der Stelle Nehmt hier mit Es gibt diese Kurve Ja Und seid nicht enttäuscht Wenn ihr An dieser Stelle hier seid Ja Und hört dann nicht auf Nehmt mit Dass es auch wieder nach oben geht Ihr aber dafür was tun müsst Und zwar an dieser Stelle Ja Dann hat man noch so ein bisschen Enduser Was erstmal Was sind Enduser? Das glaube ich relativ klar Also endgültige Anwender Einer Technologie Oder eines Softwareprogramms Und da war so ein bisschen Die Das was ihr mitnehmen solltet Nehmt die mit Eine Form wie man die mitnehmen kann Sind Enduser Schulungen Wirklich ganz klassisch Ihr bestellt die mal ein Oder ihr macht Online Schulungen Das könnt ihr auch machen Das hängt ein bisschen davon ab Was ihr für eine Technologie Oder für eine Software habt Ob das Sinn macht oder nicht Und zeigt denen Zeigt denen Wie sie die Anwendung verwenden Warum solltet ihr das machen? Frustration vermeiden Ja Das ist so ein bisschen Dieses Bargaining Was wir vorhin hatten Wenn ihr denen das zeigt Dann könnt ihr nicht erwarten Dass ihr denen das Vor die Füße schmeißt Ja Und die Die zukünftigen Anwender Dann freudestrahlend aufspringen Und dann sagen Endlich haben wir eine neue Software Wo uns keiner sagt Wie sie funktioniert Sondern typischerweise Muss man denen sagen Pass auf Macht dir keinen Stress Wir machen hier eine Schulung Ja Da gehen wir die Funktionalitäten Einzel durch Wir gehen deinen konkreten Use Case Gehen wir durch Also die Sache Mit denen du täglich arbeitest Das gehen wir zusammen durch Du kannst Fragen stellen Wir gucken ob das funktioniert Ja Ob das für dich funktioniert Und dann fühlen sich die Anwender In der Regel auch mitgenommen Und dann Dann machen die auch mit tatsächlich An der Stelle ist es wichtig Dass ihr den Anwender versteht Tatsächlich müsst ihr den Anwender Auch schon bei der Anforderungsanalyse Müsst ihr den natürlich analysieren Damit ihr die Software Entsprechend schreiben könnt Aber macht euch einfach klar Dass auch bei der End-User-Schulung Nicht alle Leute gleich sind Ja Ihr habt ja Personas gemacht Und so Aber auch bei so einer End-User-Schulung Da wird es auch wieder Verschiedene Charaktere geben Und je nachdem Bei wie vielen Leuten Ihr diese End-User-Schulung Durchführen müsst Kann es auch sein Dass die eine End-User-Schulung Ein bisschen anders aussehen muss Als die andere Ja Kommuniziert klare Schulungsziele Ein Mittel Wie man das machen kann Ist Ihr nehmt da so ein Flipchart Wenn das eine Vor-Ort-Schulung ist Ihr nehmt ein Flipchart Und schreibt da oben drüber Ziele Und schreibt da fünf Punkte drunter Dann kommen die Leute rein Sehen sofort Und idealerweise sollte man Diese Flipchart Auch den ganzen Tag über sehen Ja Die sollen sich das immer wieder In Erinnerung rufen Was das Was das für Ziele sind Die wir heute hier haben Also beispielsweise Bestellprozesse erfolgreich Durchführen können So Das ist ein Ziel Macht euch darüber Gedanken Und schreibt es auf Budget und Terminplan kennen Ist ziemlich clever Wenn man weiß Wann das Produkt Denn den Go-Live hat Weil Davor muss ich natürlich Dafür sorgen Dass die Leute Diese End-User-Schulung Bekommen haben Und je nachdem Wie viele Leute Ich da schulen muss Wenn das irgendwie 2000 Leute sind Da muss ich mir irgendwie Überlegen Wie ich das mache Wie ich das alles machen muss Oder ob das eine Sache ist Wo ich vielleicht Irgendwie 10 Key-User schule Und die schulen sich dann Wieder intern sozusagen Das ist eine Sache Das muss ich bedenken Und muss ich mit dem Kunden besprechen Wie gesagt Ich darf nicht erwarten Dass ich eine neue Software release Und Das dann einfach funktioniert Ja und nochmal End-User-Feedback einfordern Wenn die Leute Denen ihr das gebt Sich abgeholt fühlen Und auch das Gefühl haben Hey Die interessiert das Wenn ich da irgendein Problem habe Dann habt ihr gewonnen Okay Habt ihr dazu Noch irgendwelche Fragen An der Stelle Okay So Da machen wir jetzt mal ein Experiment Für diejenigen von euch Die hier ein Device dabei haben Was glaube ich jeder ist Geht doch mal bitte Auf diese Umfrage Das ist eine Umfrage Keine keine Sorge Das ist kein Kein Exploit oder so Glaube ich jedenfalls nicht Genau Geht da mal drauf Und Jetzt muss ich mal gucken Ich muss selber mal gucken Wie das geht Ja Ich glaube Ihr könnt tatsächlich schon Ihr müsstet eigentlich abstimmen können Geht das schon? Ich glaube schon Für diese erste Frage Genau Versuch doch einfach mal abzustimmen Wir testen das mal Ich glaube ich muss da einmal weitermachen Und irgendwie die nächste Frage freigeben Oder so So Ach 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 Das ist ja witzig Diese Vorschau zeigt das gar nicht an Naja wunderbar Okay Okay Das ist doch super Das hat doch schon geklappt Ähm Ich finde das sind großartige Werte Cool Zugegebenermaßen wahnsinnig repräsentativ Aufgrund der Menge der Teilnehmer Ähm Ja Das ist eine Sache Die ein bisschen schade ist Wenn man den ganzen Kram aufzeichnet Da kommen leider nicht mehr so viele Leute In die Vorlesung So Jetzt gucken wir mal Ich weiß nicht Könnt ihr Oder ist das jetzt auch schon Fertig Warten auf antworten Konntet ihr das hier schon machen Das ist dir am meisten in Erinnerung geblieben Oder ihr kriegt glaube ich die Meldung Dass man weitermachen muss Dass ich weitermachen muss So Geht das jetzt? Ja Ah cool Genau Da könnt ihr jetzt quasi so drei Stichworte eingeben Ähm Genau Ja Ich kann mir auch noch mal aus dem Äh Ich kann mir auch noch mal Ja 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 Ich kann mir auch noch mal Ah, ein bisschen was kommt schon, sehr gut. Heizungsgeschichten, sehr gut. Ja, wir müssten da unten eine 4 stehen haben, glaube ich. Probleme mit Git und Code, das habe ich auch festgestellt, ja. Tatsächlich habe ich festgestellt, es gab mehr Probleme mit Git als mit der eigentlichen Lösung. Es gab ein paar Leute, die es dann per SIP abgegeben haben. Genau. Kriegen wir noch eine Antwort? Ich weiß nicht, wer fehlt. Ansonsten soll es auch, soll das auch okay sein. Ah, cool. Sehr schön. Okay, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Ich hätte jetzt noch eine Sache in eigener Sache, bevor wir dann durch wären. Dafür habe ich ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so smoothless. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier Ton haben. Oh ja. Ich mache jetzt mit rasER. Ich Serviciu. Oh ja. Aber das wird immer noch ein bisschen was, also. Ich mache schon mal, ob wir noch ein paar Sachen. Ich habe es jetzt mal noch eine Sache in Ordnung. Ich mache es gerne, wenn du dich nicht mehr. Danke. Oh ja. Ich mache es jetzt mal! Und das ist gut. Ich mache es jetzt mal, wie du dich nicht mehr so vieles zu machen. Ich mache es, wie du dich nicht mehr so vieles kannst. Das ist gut wie du dich. Und das ist egal. Musik Wie fandet ihr das? Okay, gebe ich so weiter. Genau, der Werbeblock am Ende sozusagen. Für diejenigen von euch, die nicht schon ein erfolgreicher Student hier in irgendeinem der coolen Fachgebiete sind, bewerbt euch doch gerne bei uns. Wenn ihr den QR-Code da oben abscannt oder dann eben auch die Slides runterladet und dort auf den Link klickt, dann kommt ihr direkt auf unsere Online-Bewerbungsseite, wo ihr dann auch direkt euren Lebenslauf hochladen könnt. Wenn ihr euch das nicht traut, könnt ihr natürlich auch jederzeit mir eine Mail schreiben oder so. Dann kriegen wir das auch hin. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf euch. Bedanke mich für das Interesse der Veranstaltung. Und hoffe, ihr empfehlt uns weiter. In dem Sinne, viel Glück bei den Klausuren, die noch kommen. Danke euch.